Die professionelle Gabelknetmaschine Santos SIF 18 setzt dank ihres sorgfältigen Designs Maßstäbe in der Welt des Backens. Mit einer Schüsselkapazität von 10 Litern kann dieses Gerät Mehlmengen von 1 kg bis 3,5 kg verarbeiten, mit einer maximalen Verarbeitungskapazität von 5 kg. Daher garantiert die Santos SIF 18 für Hefeteige wie Brot und Pizza eine unvergleichliche Leistung. Sicherheit ist ein entscheidender Aspekt in jedem professionellen Umfeld und hier beweist die Santos SIF 18 ihren Wert. Die Maschine integriert eine hochmoderne mechanische Bremse, die die Sicherheit des Benutzers gewährleisten soll. Darüber hinaus bietet der transparente Deckel nicht nur einen klaren Blick auf den Prozess, sondern verfügt auch über ein Sofortstopp-System beim Öffnen, das eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet. Das Design der Knetmaschine, obwohl robust und professionell, vernachlässigt nicht die Aspekte der Wartung und Reinigung. Komponenten wie die Gabel und die Schüssel sind leicht abnehmbar, was eine gründliche Reinigung ermöglicht und hohe hygienische Standards gewährleistet. Die spiralförmige Gabel wurde speziell für kräftiges und effizientes Mischen entwickelt und gewährleistet eine optimale Sauerstoffzufuhr zum Teig. Regenerat.